Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble und ich spiele jetzt die nächste Runde von Minecraft überleben, bisschen Eisen machen, so YouTube und da bin ich wieder, Red Dog Gamble in dieser Haus, wo war ich denn stehen geblieben? Eisen, warte mal, okay, ich will sagen, ich mache das jetzt mal von wegen, ich mache meine Rüstung fertig und wird dann wahrscheinlich im Vorlauf alles spielen, weil das suchen dauert ja ein bisschen Konzerte nehmen aber noch eine Spitzhacke mit, um das ich vorstellen hätte, aber wir können das auch machen von wegen, was ist da los, heute zwei linke Hände? Ich nehme einfach eine Werkbank mit und ein paar Sticks, falls ich Feuer brauche und los geht's! Vorne ging's ja runter so Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 So, jetzt mal schnell was essen. Und... Das Erz umwandeln. Das gepflückte Heu und Brot umwandeln. Was machen wir jetzt noch schnell? In mein Nummer ein Ofen. Denn zwei sind besser wie einer. Ich mache ein paar Scheiben. Ich mache ein paar Scheiben. Ich packe jetzt unser Granit. Und erst mal hier unten rein. Unser... Hier ist das Diorid. Und hier rein. Unser Kies da rein. Und Andesid hier hin. So, ich hoffe, das Erz wird reichen für meine Rüstung. Ah. Ein Sand fehlt noch. Ich wollte gerade noch eine Scheibe bauen. Oder ein paar Klarscheiben bauen. Damit ich drauf schauen kann. Damit ich drauf schauen kann. So. Dann hole ich hier schon mal. Das soll jetzt weg. Durch die Fenster erinnern nicht sein. Hier auch noch. Ohne Fenster rein bauen. Das muss dann eigentlich reichen. Jetzt ist auch unsere Axt kaputt. Unsere Holzaxt. Da können wir uns jetzt eine Steinachs machen. Die Axt brauche ich eigentlich nicht so häufig. Nur wenn ich ein bisschen Holz brauche. So. Schauen wir mal. Wir haben Schuhe. Das hier waren die Schuhe. Hier haben wir schon. Dann machen wir jetzt hier die Hose. Danach machen wir. Danach machen wir die Post. Und unser Helm. Jetzt sind wir schon mal. Eisenmäßig ausgerüstet. Und das nimmt alles. Ein bisschen Gestalt an. Und ich würde sagen. Das war's für heute. Mal schauen was wir nächstes Mal machen. Ich würde sagen. Nächstes Mal. Mache ich. Suche ich Diamanten. Für eine Diamant Axt. Und ein Portal. Werde ich mir dann herstellen. Ja. Das werde ich dann machen. Also dann. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.